Ich mag das Personal hier, die sind richtig nett. Die Sauna ist mein Lieblingsplatz. Ich habe hier gleich nebenan auch einige Supermärkte und sogar einen Bioladen. Der Vorteil ist, ich brauchte hier einfach nur einziehen und musste keine Formalitäten erledigen. Der gesamte Klub ist sehr professionell. Er kümmert sich um alle Spieler und wir können uns total auf unsere Arbeit konzentrieren. Heißt, gut zu trainieren und zu spielen. Ich mag meine Teamkolleginnen total. Alles hat hier von Anfang an gepasst, auf und neben dem Spielfeld. Ich mag mich an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020